na egal ja du hast recht und genau jetzt habe ich den hier raus sehr gut und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist soweit TC Boyle live bei Hugendubel. Dazu hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Günter Keil und ich freue mich darauf, dass wir gleich in wenigen Minuten zu TC Boyle nach Kalifornien schalten. Ihr wisst ja, TC ist einer der wichtigsten und spannendsten Schriftsteller der Gegenwart und seine Bücher werden in ungefähr 30 Ländern veröffentlicht. Sein neuer Roman, Sprich mit mir, steht seit seiner Veröffentlichung vor knapp vier Wochen ganz oben in den deutschen Bestsellerlisten und das werden wir natürlich heute auch in diesem Livestream feiern. TC Boyle ist aber nicht nur ein herausragender Schriftsteller, sondern auch ein grandioser Entertainer. Davon könnt ihr euch in der nächsten Stunde überzeugen. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen stellt. Also gerne gleich los im Chat. Stellt Fragen direkt an TC Boyle. Ich bekomme die dann weitergeleitet und gebe so viele wie möglich direkt an. Und klar, unser Talk wird auf Englisch stattfinden. Ich weiß, die meisten von euch können gut Englisch, aber einige eben doch nicht. Und deswegen werde ich immer so ganz kurze Zusammenfassungen von TC Boyles Antworten geben. Wir verlosen übrigens zehn Fan-Pakete mit dem neuen Roman, einer Autogrammkarte und einer ganz besonderen Maske mit einem Affen drauf. Wie kommt ihr da ran? Irgendwann in diesem Livestream werde ich das Code-Wort Cheeseburger nennen. Und wenn ihr das Wort hört, Cheeseburger, dann solltet ihr uns sofort eine Direct Message über Instagram oder Facebook schicken. Denn dann sind die ersten zehn dabei und bekommen dieses Fan-Paket. So, genug der Vorreder, jetzt aber. Ladies and gentlemen, it's a pleasure and honor for me to welcome Mr. TC Boyle. Alles. Und Gunder, it's great to see you again. Although you seem so much smaller than when I saw you before. Absolutely, but it's the same with you. You were so tall the last time we saw each other. Yes, yes, well, it's fun and I love doing this, but how I long to actually be there with you live. And I expect that maybe next year we'll be able to do that again. Hopefully, absolutely. And I'm really delighted to have you now here in this Livestream. How have you been over the last 12 months or so? Well, my life progresses normally. I'm lucky in that I have a yard out here and I'm looking out at trees over your head into the woods here. It's very nice. But, and of course, I work right here at this desk every day, seven days a week. You can see behind me there, that's the bathroom. I commute through that bathroom from the bedroom to this desk. So nothing has changed. The problem is, I do love to be social. And we live in a village here. I know everyone, but of course I haven't seen anybody except to wave to as we walk through the village. So I'm really anxious to get back into society and see people again. Er sagt, er hat schon Angst inzwischen davor wieder rauszugehen, Leute zu treffen, denn all das ist natürlich nicht passiert im letzten Jahr. Aber eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Das, was wir im Hintergrund von ihm sehen, das ist sein Büro, sein Arbeitszimmer. Und von Badezimmer und vom Schlafzimmer geht er direkt rüber und da schreibt er seine Romane. Wie war es denn? Hatte er die Möglichkeit, wenigstens seine Familie regelmäßig zu sehen? Ist sie bei ihm? Have you had a chance to see your family? Are they with you? Again, I'm fortunate. My sons are not, they live elsewhere, but my daughter lives right next door. Okay, also es sind einige da. Seine Tochter und sein Enkelkind ist da und die bekommt gerade vorgelesen. Seine Söhne allerdings, die sind leider nicht da. Also alles ist dann auch nicht möglich. Nachdem er schon vom Arbeitszimmer gesprochen hat, wie viele Stunden hat T.C. Boyle heute geschrieben? How many hours have you worked today? Could you reveal that? I have worked zero hours today so far. If you discount, you know, bill paying and the emails and the Twitter and the rest of it. This is my normal working hour right now. And I am sacrificing it for the joy of being able to talk to you, Gunther, and all the Ugendubel customers and everybody else watching on YouTube today. I will go back to work once we have concluded our show here today. I appreciate that a lot. That's very kind of you. Er hat gerade gesagt, er opfert diese eine Stunde für uns, denn normalerweise beginnt er genau jetzt mit seiner Arbeit. Okay, T.C., let's talk about your new novel. Beautiful cover. Sprich mit mir. And I know that you have written about animals, about creatures very often in your career. There are a lot of snakes, tigers and rats and dogs in your novels. But why this time a chimp? I suppose, or if I remember correctly, there was only one time a chimp in your texts. Yes, as you point out, as an environmental novelist and one who loves biology, I'd like to reference all the other creatures of the world. Although I should say that my very favorite species is Homo sapiens. Nonetheless, I have returned now to the notion of language training in apes. This goes back to the 70s and 80s and my very first book, Descent of Man. And now I've returned to it at full length. Er sagt, ja, normalerweise schreibt er ja eher über seine Lieblingsspezies, das sind wir Menschen. Aber klar, auch die Tiere kommen vor und in seinem allerersten Werk gab es tatsächlich auch einen Schimpansen. So have you had this chimp in your mind for a long time or was it more or less a spontaneous idea to start this novel? That's difficult to say. Each story and each novel suggests itself in its own way and in its own time. So, for instance, you are seeing me sitting here in my house designed by Frank Lloyd Wright. And when we moved in here 28 years ago, I thought, well, now I'm going to write about him so I can learn about him. Well, I did in Die Frauen, but it took me, I don't know, 15 years before I got around to it. And so, too, with Sprichmitt Mir, this originated, as I said, with a short story called Descent of Man when I was still a student at the Iron Writers Workshop. And it goes along with my themes and here it is. I should say, too, that the last book, Das Licht, is about human consciousness and can it be altered with LSD and other drugs. This one then seemed natural to me to try to explore animal consciousness. What do they know? Excuse me. What do they know and how much do they know and how do they express it? Er sagt, es dauert also wirklich oft bei ihm eine Zeit lang, bis sich die Stoffe entwickeln. Er hat ein paar andere Bücher erwähnt. Auch da waren es Jahre oder Jahrzehnte, bis sie tatsächlich dann realisiert wurden. Und er hat viel über das menschliche Bewusstsein geschrieben, gerade im letzten Roman Das Licht. Jetzt geht es um das der Tiere, speziell dieses Schimpansen. Es gibt aber nicht nur Sam den Schimpansen, es gibt auch noch einen Psychologie-Professor und es gibt eine junge Frau, die sehr wichtige Rollen spielen. Das sind Guy und Amy. Diese drei Figuren, das ist wirklich ein faszinierendes Zusammenspiel. Welche der Figuren war ihm am liebsten, als er damit begonnen hat? I mentioned the three protagonists of your current novel, Guy, Amy and Sam. Do you have a favorite? Well, we are calling this a love triangle, the traditional love triangle between the young woman who is caring for the ape and her professor who is overseeing the project. And all three are in love with each other in one way or the other. But of course, my favorite character has to be Sam, the irrepressible and brilliant young Chimp. Natürlich sagt er, ist sein Liebling der Schimpanse. Das geht gar nicht anders. Aber auch bei den anderen geht es um Liebe. Es geht um Anziehung und das ist eine klassische Dreiecksgeschichte. Ich hatte das Gefühl beim Lesen... Ich hatte beim Lesen das Gefühl... Ich hatte beim Lesen das Gefühl... Please continue. Also am meisten Spaß gemacht hat, ihm aus der Perspektive von Sam zu schreiben. Wir werden von ihm auch noch eine Passage hören. Das sind auch die Stellen, die mich fast umgehauen haben, weil sie so intensiv geschrieben sind und weil er wirklich den Eindruck erweckt, Sam zu sein. I had the impression that you really are Sam in these chapters and I was overwhelmed. I felt with him. I thought I had to help him. I suppose that is what you were aiming to. Well, yes, absolutely. But of course, I can only say this in retrospect because everything just happens in the moment when I'm writing. I don't know what it will be. It just happens. This book is in a way allied to two of my previous books. One is Das Wildekind, which is a novella about the wild child of France, who in the Napoleonic era was discovered living wild. He was abandoned. He had no language and he was unable to acquire language. And the other, of course, is Talk Talk, my novel from 2006, which is also about language and identity. And it's about a deaf woman, Dana Halter, who has her identity stolen. And of course, her identity is very important to her, more so even than ours is to us, because she, like Sam, has a gestural language and we hearing people look down upon her. Er sagt also, Amy hat natürlich auch deswegen eine ganz besondere Beziehung zu Sam, weil sie über Gebärdensprache mit ihm spricht. Und dadurch entsteht etwas ganz anderes, als wenn andere Menschen mit ihm Kontakt haben. Diese Gebärdensprache ist ja was ganz Besonderes. Ich vermute mal, bei der Recherche hat sich T.C. Boyle auch näher damit beschäftigt. Kann er selbst Gebärdensprache? What are you able to do, to perform the language, the sign language? Not very well. I learned some when I did Talk Talk all those years ago. And I learned a few signs that I needed to use in this book. But of course, we now have the miracle of the Internet. And just as you can look up any word in German or English, you can also find demonstrated quite clearly and beautifully the signs on the Internet. So I took advantage of that. Er sagt, er hat mal begonnen, aber eigentlich nutzt ihm jetzt das Internet. Er guckt einfach nach. Man kann ja da zum Glück alle Formen der Gebärdensprache nachlesen. Dazu passt auch eine Frage, die wir bekommen haben. Vielen Dank für alle an euch, die schon im Chat fleißig Fragen stellen. Ich gebe eine gleich mal weiter von Tini. Tini, there's a question from our audience. It's Tini, and she's asking, do you write with a special writer's software? No, I don't. Everything I've written in my life has been done on a keyboard. Before computers were invented, I worked on the Olivetti portable my mother gave me when I went to college. And once computers were invented, of course, I could make the manuscript perfect. And I eagerly took up the computer. No, I work in space and a half so that the page that I'm seeing looks just like the page that will be in the book. It's almost a form of a visual art for me to have that before me. Er sagt, es ist fast wie Kunst eigentlich, das vor sich zu haben. Also er schreibt wirklich in dem Format, das später dann als Buch erscheint, aber keine spezielle Software wird verwendet. Another question concerning your writing process. How do you plot? Do you have a plan beforehand? Is it spontaneously? Please tell us a bit about that. It's always spontaneous. And I've just gotten done with a period of writing short stories, and I'm well into the next novel right now. I never know what it will be. With stories, often I need to find out a few details about some particular situation, and then the story occurs to me. With a novel, typically I might spend as much as three months or even a bit more collecting material, reading, taking notes, sometimes going to a place I need to see. But really, that process allows me to get some sort of structure, some sort of architecture, and then I begin. I don't know where it will go. I'm at that spot right now in the new novel, which is called Blue Skies, and will, like Ein Freund der Erde, take off and take us into the future of our catastrophic environment we're living in. And I don't know where it's going exactly, although each day it becomes clearer. So, in the end, you will see the blue sky yourself? I certainly hope so. Again, it's a process of discovery. That's why I love doing it, as opposed to giving speeches and writing essays and so on. And I love to do the art itself, because you don't know what it will be. And, you know, there is no safety net. You just begin and hope that you will find what it is and you discover what it is as you go along. Also, es gibt kein Sicherheitsnetz, sagt er. Er fängt einfach an. Es gibt zwar manchmal eine Struktur und eine Architektur. Manchmal schaut er sich auch Dinge, Plätze vorher an für die Recherche und dann natürlich gewisse Vorstellungen. Aber eigentlich entwickelt sich wirklich alles spontan und das ist jedes Mal ein neues Abenteuer. T.C. Boyle war ja selbst auch Lehrer und hat lange unterrichtet als Professor später für Creative Writing. Und wir bekommen jetzt gerade eine Frage, unterrichtet er eigentlich noch und hat die Lehrtätigkeit seine Arbeit beeinflusst? Wenn ja, wie? T.C., there's a question asking if you are still teaching. No, I stopped teaching five years ago. I live in Santa Barbara and I taught, it was just my hobby really. I only did it for 37 years at USC in Los Angeles. It's, if you're lucky, it's a two-hour drive each way. I love doing it, but eventually I felt I would rather stay home in this very office and speak with you, Gunther. That's better, yeah. Also er sagt, er hat das so lange gemacht, 37 Jahre lang, das waren zwei Stunden Fahrzeit und deswegen hat er vor fünf Jahren aufgehört. I heard, I was told that you are going to read a little passage and this is one of the perspectives of Sam. Could you do that for us? Yes, of course. I should set it up a bit. The book begins with Amy. She's a college student and she is putting off doing a paper and flips through the channels on the TV and comes to a game show. To tell the truth in which three contestants pretend to be the same person and in this case, it's Guy Schirmerhorn who is teaching language to apes and she sees the ape and falls in love. This is from the perspective of the ape. His name is Sam. He is part of a cross-fostering experiment. That is, he is raised as a human being. However, when he reaches adolescence, they confine him to a cage in a lab and this is his perspective after he is taken to that lab. The chapter is called Key Lock Out. He didn't have a word for words, or not yet anyway, but he knew words all the same. He knew key. He knew lock. He knew out. He was a prisoner, though he didn't have a word for that either. And even if he did, it would have been meaningless. What did a word, any word, have to do with this situation, in this place, in the onrushing, unstoppable cataract of now? And the fear, afraid, that came with it. He had diarrhea, which existed as a pain in the gut, a stench, a hot, wet squirt of shit that needed no terminology and no afterthought. He wanted a blanket. A blanket. Any blanket. He was cold. He was distraught. He rocked from side to side. He stared at nothing. He plucked the hairs from his arms, his chin, the crown of his head, trichotillomania, and he didn't know that term either. How could he? And what would it matter if he did? Would that get him out of here? Sleep was his only release, and it came to in a blaze of shuffled images. The bathroom, light so bright it was like the sun in the sky, a trickle of blood-worn water in the tub in the face of the one who meant most to him, whose name he'd invented in the gesture of pinching his right nipple the way he pinched hers when she was with him in the bed. And they were both warm, and his shirt was on the floor. But then he woke, he always woke, to the screams, and the reek of his own diarrhea, and the food he refused, and the din of flesh pounding on metal. When he was thirsty, thirst came to him as a sensation, pre-verbal, non-verbal, and he picked up his cup and drained it. He didn't think, drink. He didn't sign, drink. He just drank. Until the cup was empty, that is, and no one came to fill it for him. Then the word was there, and the sign, the gesture, thumb to the lower lip, descriptor and request, both. And when no one listened, when the cup went unfilled, and the box, the cage, the prison, he measured over and over with the length and breadth of his body, spoke despair to him, spoke rage. He screamed. He screamed. He screamed. Thank you very much. Very intense scene. Also das war eine sehr, sehr intensive Szene von Sam in Gefangenschaft. Also der Schimpanse wurde entfernt aus der Uni, von der Uni Ranch, wo er eigentlich ein ganz gutes Leben hatte, und ist jetzt an einer Forschungsstation, wo man ihn mit anderen Schimpansen ganz, ganz schlimm behandelt. Diese Sprache, über die wir schon kurz gesprochen haben, im Buch ist das auch so, dass das richtig groß, die Buchstaben wie so ein Stempel gedruckt werden. Das sind die, die Sam in der Gebärdensprache kann. Mich würde noch interessieren, wie T.C. Boyle daran gearbeitet hat und diese spezielle Sprache geschaffen hat. You really invented a new novel, and not a new novel, but a new language with these chapters. And I was really intrigued how you did it. So was it a long process to invent this, or was it just there because you were in the head, in the mind of Sam? It just happened, as with all of literature. It's the writer sees images in his mind and translates them into language. And to write from Sam's perspective was somewhat different from writing from a human perspective, but not all that much different if you come right down to it. I take it as a challenge to be able to inhabit any character from any culture, anywhere, anytime. It keeps me involved and intrigued and interested. And so Sam is a primitive, and yet he also wants the same things that we all want. Sam is zwar ein Schimpanse, aber eigentlich will er genau das Gleiche, was wir alle wollen. Das ist ganz wichtig zu erfahren. Und er sagt, er hat das gar nicht geplant. Das kam wirklich beim Schreiben. Er war in seinem Kopf, in seinem Körper und hat aus dieser Perspektive geschrieben. Wenn man das so liest, dann denkt man sich sofort, das ist ein Fall für Tierschutz. Da muss was getan werden. Aber wir alle sind ja zynischerweise schon so dran gewöhnt, dass Tiere so behandelt werden in Gefangenschaft. Ich vermute, das wollte er uns damit auch nochmal deutlich machen. When we read about Sam, we do have the impression, okay, that's a case for animal protection. On the other hand, we are so used to this way how animals are treated. That's cynical, isn't it? Again, Gunther, as you know me well, I'm very engaged with environmental and social concerns in my work, but I'm not trying to push any message on anyone. I'm exploring these issues for my own benefit. Yes, there is something about our use and misuse of animals that affects me very, very deeply. And so that's why I tried to explore this. You may know the case that this is based on actual experiments in the 70s and 80s to teach apes our language. And that, as we said earlier, they were home fostered, raised as human beings, in order to see how they acquire language. But then, tragically and sadly, as with the piece you just heard, once they reach adolescence, they are too dangerous and uncontrollable to work with. And so these animals that live to be 50 years old are confined to cages in biomedical laboratories. Es ist wirklich schrecklich, sagt er, dass die Tiere, denen man eigentlich erst die Sprache beibringen wollte, und als man dann gesehen hat, das wird alles zu gefährlich, dann wurden sie eingesperrt und mussten dort auch jahrelang noch ausharren. Grundsätzlich möchte er allerdings damit keine Botschaft uns mitteilen, aber natürlich ist ihm sehr daran gelegen, immer wieder auszuloten, was passiert in unserer Gesellschaft mit Menschen und mit Tieren. Mich hat das ja so ein bisschen daran erinnert, dass wir Menschen eigentlich versuchen, alles immer unter Kontrolle zu bekommen, zu dominieren und auch zu zerstören. T.C. Boyle ist ein Umweltaktivist und schreibt oft darüber. Spielte das auch im Hintergrund eine Rolle? Wenn ich dein Buch habe, ich hatte die impression, es ist, wieder, über humankind und mankind. Wir immer versuchen, alles zu kontrollieren, um zu dominieren, unsere soziale surroundings, unsere Tiere, unsere Natur. Was das in deinem in den Hintergrund, in den Hintergrund? Ja, natürlich. Und eine andere joy, als ein Ovelist, ist, dass ich hier bin, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, in den Graben, in eine degraded environment, aber, wenn ich ein Novel schreibe, bin ich der Gott dieses Universums, den ich alles kontrollieren kann. Aber ja, natürlich, natürlich, diese sind meine Probleme. Er sagt, ja, das sind die Dinge, die ihn beschäftigen. Und das Schöne ist, dass er als Mensch, aber als Schriftsteller, Gott ist. Und das genießt er sehr. Vielen Dank an alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben in unseren Livestream, hier bei Hugen Dugel, live mit T.C. Boyle aus Santa Barbara. Und ihr könnt gerne weiter Fragen stellen. Ich gebe gleich auch wieder einige weiter. Und zwar von, ja, steht kein Name dabei, aber der neue Roman wird jeden Tag immer klarer. Also auch dunkler ist die Frage. Und wird die Menschheit überhaupt überleben? T.C., da ist eine Frage von jemandem, der von jemandem readt, die von der Novel und sagt, es ist sehr dark, von der Message. Du sagst, du wirst nicht geben, aber natürlich, da war ein Message. Und die Frage ist, wird Mankind survive? Well, of course, what I mean to say is, yes, there are thematic links to all my books, and there are messages that are being delivered, yes, but I'm not trying to push a point of view on you. I'm trying to seduce you into having an experience of art. Let me quote Elizabeth Colbert on this issue of Will Mankind Survive? Here we are, furious with our politics, particularly here in America, with the degraded environments, and yet, as she has pointed out, the good news is that in a hundred million years, everything we are and have, our buildings, our art, our culture, everything, would just be a thin line, no thicker than a cigarette paper, in the geological record. Yeah, that's true. We should always think about that. Also, er hat gerade ein wichtiges Zitat gebracht, und er hat gesagt, da wird gesagt, in ein paar hundert Millionen Jahren, oder auch schon in kürzerer Zeit, da bleibt von uns, von unseren Gebäuden, von allem, was wir geschaffen haben, nichts übrig, außer einer ganz, ganz dünnen Linie, und das war's dann auch schon. But until this point, I guess we have to do something, we have to talk about things that are important, and talking about politics and society, is it a better feeling for you now, that you, we all could just have the feeling, okay, USA is a democracy again? Yes, of course, we are all greatly relieved, and, you know, Biden immediately joined the Paris Climate Accord, which is the most significant undertaking that mankind has ever had before it, and this is all good. You know, I think every generation, and particularly among novelists, and novelists who are getting a bit older and looking toward the end of their lives, I think there is a dark view of life and what its intents are and why we're here on this planet and what it means, and yes, of course, it's very depressing to think of end times for all of our species. We are living in the sixth extinction. We have killed off the other species and the wild places. Where is the wonder left in the world? There's nothing but us left, and the, what are called commensal species that is species that eat at our table, like the rats and the pigeons and so on, that have learned to live with us. It seems a very lesser kind of world to live in than the one I was growing up in as a young boy. Er sagt also auf meine Frage, ob er sich besser fühlt jetzt, da man den Eindruck haben kann, die USA sei wieder eine Demokratie. Ja, also von Joe Biden hält er natürlich deutlich mehr als von seinem Vorgänger. Es bleibt natürlich das Grundproblem, auch wenn Biden das Weltklimaabkommen jetzt endlich wieder ratifiziert hat. Trotzdem sind wir drauf und dran, als Menschen den Planeten zu zerstören und er als älter werdender Schriftsteller hat natürlich auch seine dunkleren Zeiten. You mentioned the darker times or moments in your life, so what do you do to get the other way around feeling or impression? I was just going to answer that. I was just going to add that I don't want everyone to go home and sob and be depressed. In literature is joy. It's supposed to awaken you to the joys of life and so as you know I have a very outgoing life I have surrounded by family and friends and all my readers to whom I'm very grateful. It's an honor to have them. All this is wonderful. I am out in nature every day and often and most often by myself except with Der Hund who accompanies me. I'm always out in nature. I have music. I never write without music playing. I have culture. I have all the joys of life. But of course I can't help studying ecology and what is happening to the world and I try to address that in my work. The joy in the work I think is from the work itself and this is why readers respond to it particularly to this book. all people can respond to other species. So many of us have pets, dogs, cats, parrots, whatever. And we do communicate with them. And so here is an investigation into how that communication might actually work. Ganz, ganz wichtig ist, dass Literatur Spaß macht, sagt er. Das sollen seine Bücher und er will nicht, dass wir heute Abend auch irgendwie depressiv ins Bett fallen. Deswegen, er selbst ist viel in der Natur. Jeden Tag ist er draußen. Er hat natürlich Familie, Freunde. Er hat auch einen Hund, der ihn begleitet. und er sagt, das führt auch wieder zum Thema zurück, denn jeder von uns kennt das ja, wie wir zu Tieren, zu anderen Wesen auch eine Beziehung aufbauen, Hunde, Katzen und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich möchte nochmal das Buch zeigen, das ist nämlich nicht nur von außen, sondern auch von innen ganz besonders. TC, I'd like to show the inside when you wrap it down. This is also amazing. Which side is your favorite side? the smiling one? I think the front and I have to shout out a Hosanna to the art department at Hanser Verlag. It's brilliant. They always come up with great, great, great designs and to me that's very important. You know, I'm coming back from the old all the way back to the old hippie days of album covers and how fascinating the artwork is in connection with the record inside and so too with book covers I do believe that they should be attractive and I love this one Yeah, me too. Er sagt, es ist ihm ganz wichtig, dass man natürlich auch das Buch gerne anfasst, gerne anguckt. Das erinnert ihn auch so ein bisschen an die Coverkunst aus den 70er Jahren, aus den Hippie-Zeiten. Er kommt ja aus dieser Zeit und ist davon geprägt worden. Er hat die Plattencover sich unglaublich gerne angeguckt und deswegen ist es ihm ganz wichtig, dass sein Verlag Hansa da wirklich auch Arbeit reinsteckt. Apropos Arbeit an der deutschen Ausgabe, Dirk van Gunsteren hat diesen Roman übersetzt, das macht er immer. Gibt es da eigentlich Kontakt zwischen TC und seinem Übersetzer? I mentioned Dirk, who is always translating your novels. Are you in a regular contact that he's calling you and saying, could you please tell me what you mean or does it work automatically? Dirk has done so many of my novels now and we've become close friends over the years. He will occasionally email me with some questions that are specific Americanisms to be sure he's got the gist of it. But basically he's working on his own. This is different from the time before the internet. There are translator sites where you can go immediately and get your questions answered. Prior to that though, I would get long letters from my translators in various countries, all wanting to know basically the same things, which are just peculiar to America. What do they mean? An example is, my Japanese translator some years ago was wondering about what are refried beans. Refried beans are the mashed beans that you have in Mexican food. And it was hard to explain to her because in Japan, these mashed beans are used for confections. And so I sent her a can of the beans so that she could find out for herself. That's very funny. Er sagt gerade, in Japan hat er mal eine Mail bekommen von der Übersetzerin und die hat gefragt, was ist denn mit diesen Bohnen? Und tatsächlich ist es eben so, dass in Amerika diese Bohnen ganz anders zubereitet werden als in Japan. Darüber muss man sich ab und zu verständigen mit den Übersetzern. Aber mit dem Deutschen läuft das eigentlich bis auf wenige Ausnahmen ganz gut, weil er kennt TC und er kennt auch seinen Stil. Aber klar, manchmal muss man einfach wissen, wie meint ihr Amerikaner das? There are more and more questions from our audience. Johanna fragt, wie ist der Name seines Hundes? TC, Johanna wants to know, what's the name of your dog? Her name is Ilka and she is a Hungarian Puli, the dog with the long dreadlocks. Oh, wow. Could you show her? She is in the kitchen now, so that her barking doesn't interrupt this, but maybe toward the end we can get her up here. The advantage of the dreadlocks is it allows the dog to go out into the woods, roll in all the crap out there and bring it in and deposit it on the rug in the living room. Also, die Hündin spielt eine ganz wichtige Rolle im Haus von TC Boyle. Wenn wir Glück haben, würde er sie am Ende noch reinholen. Er hat gesagt, sie ist extra in die Küche gesperrt worden, damit sie nicht durch das Bellen uns hier stört. Und ich habe gerade noch eine Info aus der Regie bekommen, dass wir einen Einspieler hätten, in dem, glaube ich, auch die Hündin auftaucht. Das können wir uns gerne angucken. Okay, wir haben doch keinen Einspieler, aber das ist kein Problem. Wir machen jetzt einfach nochmal weiter. Und zwar ist die Frage, was ist mit dem Abraham Lincoln hinter ihm? Oder ist das der auf dem Foto? TC, there's another question. Is this Abraham Lincoln on the picture behind you? No, I'm afraid not. That is a mask of me as a young man. In fact, I'll go fetch it for you. Also, das ist eine Maske anscheinend, die er früher mal getragen hat. Und er holt jetzt wirklich für uns dieses Ding. Oh ja, okay. Sie zeigt, glaube ich, ihn selbst. Wow. We can continue the interview with the mask on, if you like. It'll protect you from catching a computer virus. No, thanks. I prefer to see you. Er sagt, es wäre ganz gut, dann würden wir kein Computer-Virus hier übertragen mit der Maske. So, um, that was you. And you're absolutely looking, um, like a famous rock star. Those were the long hair days. Yes. And, uh, I went back to New York to visit. And one of my dear friends, um, blew up that photo and she made a mask of it. And when I walked into the room, she was wearing the mask. It was great. A great moment. I, I mean to pay her back someday and find a picture of her and wear that as a mask next time I see her. Also, er wird demnächst ein Foto machen von seiner Freundin, von der er die Maske hat und dann das wieder neu produzieren. Es kommt auch gleich eine Frage zur Musik rein. Andra Schatz meint, And, um, what kind of music do you listen to when you are writing, is the next question. Well, I am a rock and roller and I listen to rock and roll when I'm doing anything else, um, that is doing emails and such like. But when I'm writing, I'm listening to classical music primarily and also the jazz of my youth. I can't have, uh, any vocal, uh, any vocals, at least in a language I understand well, uh, because it interferes with the writing itself. But music is essential to me. I've never written without music playing. I need, uh, the inspiration of it. And, uh, the rhythm especially is so important because the rhythm and beat of each sentence, um, is at the root of what I'm doing. Also, der Rhythmus ist ganz, ganz wichtig, sagt er, und die Energie, die von der Musik kommt. Aber es ist beim Schreiben so, dass er eigentlich nur Instrumentalmusik mag. Das fällt ihm dann leichter. Deswegen kommt da meistens nur Klassik in Frage. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass er ein Rock and Roller ist und entsprechend auch so einen Musikgeschmack hat. Könnte er sich denn vorstellen, auf einer Bühne zu stehen wie ein Rockstar? Also, er macht ja bei seinen Lesungen sowieso auch eine Show. Wäre das trotzdem reizvoll, auch noch, wenn nach der Pandemie das wieder möglich ist, zu machen? Um, would you like to be on stage not only as a writer and you are a great entertainer, as we know, um, during your readings, but as a musician? Would you, would that be appealing to you? Uh, I admire music most of all the arts. It's the most immediate and the original art. I went to music school when I was young to be a musician. I played saxophone. Um, but I realized that, uh, I didn't quite have it. Uh, at that time I discovered literature. I didn't know about literature until then. And I found my metier, uh, yes, I was briefly in, in a rock band as the singer. And of course, people can hear, hear me screeching out. Uh, I put my spell on you at my website if they want, but, uh, it was fun and it was great. There's nothing better. Uh, also to be in a band is to cooperate with other people and to, to feel something with them. Whereas what I do is very solitary and very different. Yeah, also es würde ihn schon reizen, sagt er, aber natürlich ist es auch was ganz anderes. Und der komplette Gegensatz zum Schreiben, denn das ist Einsamkeit, das bedeutet Zurückgezogenheit. Und, ähm, das ist ihm letztlich dann für seine Bücher und seine Kunst natürlich auch wichtiger. Nochmal der Hinweis, wir haben ja ein Gewinnspiel. Es gibt zehn Fanpakete mit Buch und noch ein paar Überraschungen zu gewinnen. Dafür bitte einfach uns eine Direct Message über Instagram oder Facebook schicken, wenn ihr das Codewort Cheeseburger hört. Das wird irgendwann im Laufe dieses Livestreams noch fallen. Zurück zu dem Affen, dieser Sam. Der ist alles. Der ist mal menschlich, dann wieder wild. Ähm, aber die Menschen wollen ihn eigentlich immer süß und ganz harmlos haben. Das ist, glaube ich, auch so der klassische Konflikt, auf den TC Boyle aufmerksam machen will. So, um, I'd like to go back to Sam and talk a little bit about him. Um, I mentioned that, uh, in your book, he's on the one hand, he's wild. He's an animal. On the other hand, he's cute. And it seems that the people always want him to be cute, to be so human, to be so harmless. Um, and I guess that's the contradiction you wanted to point out. Yes, absolutely, uh, as I'm sure everyone is aware, these are wild animals and the chimps that we see in such experiments and in films are juveniles, uh, who can be controlled. Once they reach adolescence, they are too powerful and too wild to be controlled. Again, our, our dogs and cats have been domesticated through thousands of generations so that the wild has been pretty much rooted out of them. Whereas the chimps are coming directly from the jungle or, uh, maybe two or three generations out of a, uh, breeding facility somewhere. They, these are wild animals and extremely powerful, as you're aware, far more powerful than any man on this earth, uh, more powerful than any two men on this earth. And so they're, and they're independent minded. They're intelligent. They're as intelligent as a three and a half year old child and they have their own desires and their desire is not necessarily to sit in a lab and, uh, and learn, uh, English or German, but rather to have their own lives and their own will. So yes, uh, all the, uh, chimps used in these experiments with, with some exceptions like Washoe, for instance, uh, who is female, uh, were confined in cages after. They, uh, were done with the, uh, their, uh, their early years and, and, and the language experiments. Um, uh, uh, hopefully and thankfully, uh, many of them have been now put into, uh, ape sanctuaries now that these experiments are over. So at least they can have some freedom and be with their own kind. Er sagt, das ist wirklich das Dilemma, dass sie nach den Forschungen, wenn sie nicht mehr gebraucht wurden, tatsächlich einfach eingesperrt, weggesperrt wurden und, ähm, natürlich wollten die was anderes als einfach nur irgendwie beobachtet werden und immer den gleichen Tagesablauf zu haben. Sie sind wild, sie haben eigene Bedürfnisse und die sind einfach grob missachtet worden. Einige allerdings sagt, er haben es gar nicht so schlecht dann gehabt, die sind dann auch in so eine Art Seniorenheim für Schimpansen gekommen und, ähm, das ist wenigstens eine wesentlich angenehmere, menschlichere Art, mit ihnen umzugehen. Die Männer in T.C. Boyles neuem Roman, Sprich mit mir, die sprechen irgendwie, hatte ich den Eindruck, immer nur über die Karriere, über die Forschung, ähm, und sehen Sam eigentlich nur so als Material. Die Frau dagegen, Amy, ähm, ähm, die ist die einzige, die über Gefühle redet, die ihn wirklich erkennt. Sieht das T.C. Boyle auch so? I had the impression, when I read your novel, that the men in your novel, they only talk about career, about science, about money, um, and they see and treat Sam like material. And the only person who's really seeing Sam is Amy, it's, it's not a coincidence that this is a woman. I like this interpretation, but, uh, in fact, the, uh, in the actual stories from which I'm drawing my material of these studies, like the one with Nim Chimsky, for instance, or with Washoe, um, primarily they were cared for by young women. And so, of course, this, uh, seemed natural to me. And further, it, it helps with this kind of relationship, this love relationship. And it's a, he's a male, she's a female. And so she's a kind of mother figure to him at first, but also a kind of lover figure as well as we progress through the book. Er sagt, das ist tatsächlich so, also man kann das so interpretieren. Und für Amy ist Sam eben wirklich viel mehr. Er ist nicht nur ein Tier, er ist so eine Art Mutterfigur, er ist aber auch ein Liebhaber. Und ich habe mich dann gefragt, ich möchte nicht zu viel verraten, aber gab es tatsächlich auch ein reales Vorbild? Ist sowas schon mal passiert, dass eine Frau eine ganz besondere Beziehung aufgebaut hat und dann auch noch beschlossen hat, okay, ich ziehe diesen Schimpansen raus aus der Forschung. Ich flüchte mit ihm. Has there been a role model for Amy? Someone who really captured a chimp and said, okay, now I'm, I'm on the run with him. Not, not specifically, but again, from, from my reading and people who are interested can go and look at the texts that I've mentioned and many others. There's a scene in the book, for instance, in which Amy, who is Catholic, finds a priest to baptize Sam. And my translator thought that this was preposterous, but in fact it's based on an actual woman who worked with the apes and did that and further, uh, I like Sam's character in the way that I liked the wild child of Das Wildekind or Ned Rise of Wassermusik, because they are sort of picaresque characters. They're charming, uh, and they're devilish and they are, uh, irreverent and they are going to do what they're going to do. And I really like to write such characters and in this case, the character just happens to be of a different species, but very much like, uh, the, uh, the chimp's nearest relative on this earth, which is Homo sapiens. Er sagt, es gab tatsächlich einen Fall, ähm, ein Baptist hat einen Schimpansen getauft und, ähm, das ist eine Szene, die tatsächlich der Realität entspricht, die er auch in seinem Roman hat auftauchen lassen. Also auch da ist er sehr, sehr nah an der Wirklichkeit. Ähm, Sam mag am liebsten Würstchen und Hamburger. Das entspricht vermutlich auch der Realität. Um, favorite meal of Sam is, um, referring to your book sausages and hamburgers, um, and that's reality? Well, yes, of course, uh, just like us, uh, they want meat, meat. This is what this is a rare treat for our species and for their species too. I loved when you, uh, uh, put up the little, uh, notice about, uh, 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 coming to us with the, uh, tag of cheeseburger. Because in the opening scene, in which Sam is on the TV show, he signs to Guy that he wants to go home now. And on the way he wants a cheeseburger. Es gibt also auch die Szene im Buch, in der Sam nach einem Fernsehauftritt, bei dem er wirklich berühmt wird. Und auch der Professor, der ihn dort vorgestellt hat, auf dem Rückweg sagt, ich möchte jetzt unbedingt einen Cheeseburger essen. Ähm, also eine ganz wichtige Szene. Es ist wirklich so, dass, ähm, er das am liebsten mag und das mögen Schimpansen offenbar wirklich so. Wir wissen, dass, ähm, T.C. Boyle auch gerne schon immer seit Jahrzehnten zum Schreiben sich zurückzieht. Und zwar in seine Hütte in der Sierra Nevada. Ähm, wie ist das? War das möglich jetzt in der Pandemie-Zeit? Ähm, have you been to your cabin in the woods, um, during the pandemic year? Was that possible? No, I have not been there, uh, Guter, because of our lockdown here. Um, I'm looking forward to going there once this recedes a bit, uh, perhaps over the summer. But I do miss that place a great deal and, and my friends there as well. Uh, it's a retreat for me in that when I go out of doors up there, I never see another human being, ever. And I don't take paths, I just walk off into the woods. Uh, and I will spend hours out there, I'll bring a book, I'll go to some favorite places I have, by a stream, for instance. And spend my afternoon just kind of dreaming in that way. So I do miss it. Er vermisst auf jeden Fall das Schreiben in der Hütte. Er sagt, dort sieht er keinen Menschen, er ist da wirklich allein. Und deswegen freut er sich darauf, wenn das wieder nach dem Lockdown möglich ist. Heißt das, er schreibt dort schneller? Kann man das auch so festmachen? Would you say that you are a faster writer when you are there? Ah, I work every day and hope for the best. I don't really know what sort of pace is going on. Up there, I tend to write more and read more because it is so incredibly boring. Uh, there's no place to go, there's nothing to do other than read, write and be in nature. And of course, this is a wonderful release, which I need. By the same token, it's good to come back to my village here and take Frau Boyle out to a restaurant. By the way, something we also haven't done for a year now. You know, and I'm looking forward to getting back to that and to go to the bar. And walk up to the bar and order a beer. Or a rum and coke. Or a rum and go to the bar and order a restaurant with his wife. That's why the house falls in the background. Thank you to all of us, who sent us a lot of questions. I'll try to take a few more. TC, there are much more questions. First is, what is your favorite writer? I have hundreds of them and each day I would name a different one. Right now I'm rereading the books of Dennis Johnson, who died a couple of years ago. He's my generation and I think he's one of the great ones. He's the author of Jesus' Son, for instance, and Fiskadoro. He is just so extraordinarily original and so beautiful with his language and his small observations. How he words, how he translates into words what this experience of being alive is, is just extraordinary to me. Dann die nächste Frage bezieht sich auf die Eierfotos, die er immer auf Twitter veröffentlicht. Was steckt denn da dahinter, fragt David. The egg pictures on Twitter. What is the story behind it? I have now been tweeting for five years. It's when Heart of Heart came out here in America, the harder they come. My publicist at Echo gave me a Twitter account and I really haven't participated in Twitter as far as being in other people's accounts or seeing what other people are doing. I just sort of invented it on my own for myself. And I felt it's a visual medium. So every single tweet that I do, unless I'm responding to someone, shows a picture of my life, my daily life. The joke is this gives you an intimate view of the life of an internationally celebrated literary star who is a schmuck just like you. So I'm showing my daily life and it begins every day with the same routine. I show the street out front of my house. I show the dog who woke me. I show the egg, which I'm never going to eat. And then I show the newspaper as kind of a proof of life. Then I go to work. And after work, when I'm out and about, I show what I see and where I'm going. And the interesting thing for me is I was never an artist or a photographer prior to this. Now I am photographing things daily, the little things that we walk by, the beauties of nature that we walk by. And it's been wonderful for me. It allows me to show people what I love about nature. And of course other things too, wherever I am and whatever I'm doing. Er sagt kurz zusammengefasst, er möchte einfach zeigen, dass so ein berühmter Schriftsteller wie er ein Gefeierter ein ganz normales Leben hat. Er steht auf, er liest Zeitungen, er hat da dieses Ei, das er nie essen wird. Er geht raus mit seinem Hund und das ist eigentlich das, was er uns damit zeigen will, dass er wesentlich näher ist und nicht ein abgehobenes Leben führt. Er klagt so an. Er klagt, das ist das. Er klagt, der kann uns bitte eine Tune aus Put a Spell on you. I put my spell on you, because you're mine. Was dein? Er klagt, der ist eine of your favorite Songs von all time. Oh yeah, yes, yes. I have many versions of it. And by the way, it really doesn't do much for you unless you've got that thunder of the guitar and the bass behind you. That really wakes you up. Screamin' Jay Hoffman, he's the man. Screamin' Jay. Wir können jetzt noch eine Stunde weitermachen und TC Boyle singt uns einfach noch. Das wäre sicherlich auch mindestens so unterhaltsam wie über seine Bücher zu sprechen. Dann kommt noch eine Frage gerade rein von William. Er fragt, ob das jetzt immer so sein wird, dass die Bücher von ihm zuerst in Deutschland erscheinen und dann in den USA. Das macht dem, der die Frage gestellt hat, offenbaren Amerikaner, ein bisschen nervös und ängstlich. There's a question from William. He's asking, are all of your books published in Germany now before the US? It's getting a little anxious to me. It is. I asked with Das Licht that we should publish first in German for the reason that you know, Gunther, when we do a tour in Germany, afterward I'm signing the books and oh, a third to half of them are in English, which is fine for me, but it's not so good for Hanser Verlach, who bring me there. So we did it with Das Licht and it worked out very well for Hanser. We had a number one bestseller on their Spiegel list. And three months later, we published in America and in Britain with Bloomsbury. The same plan was in order for this book. However, and Bloomsbury will publish in May now, but the Americans have pushed it back till September because my publisher was hit hard by the COVID epidemic and things are just completely on end. We don't know what's going on. So it is very strange to have the book out in German, but not have an English text yet. I think in future we may still have it premiere in German, but just for maybe a month or so before or two months before the American edition. It's just that these are very extraordinary times, as we can see, because we're chatting here over all these miles, when in fact we used to do it together on a stage in Germany. Yeah, that's different today. Also er sagt, kann sein, dass in Zukunft der Abstand nicht ganz so groß sein wird, dass es vielleicht zwei Monate Unterschied sind und er stimmt zu, das ist wirklich ein bisschen verrückt und kann durchaus Angst machen, dass wir in Deutschland so weit vorneweg sind. Aber damit war eben der Hansa Verlag und er Nummer eins mit das Licht und insofern hat sich das einfach bewährt, erst auf Deutsch. So, die Zeit läuft leider schon davon. Wir haben noch ein paar Minuten, wenige Minuten. Deswegen würde mich noch interessieren, TC Wall bezeichnet sich ja schon lange, als süchtig, er muss einfach schreiben. Was ist denn das aktuelle Resultat dieser Sucht? Er hat ja am Anfang unseres Livestreams schon mal von seinem neuen Projekt Blue Skies erzählt. Ist es das oder haben wir noch anderes zu erwarten? Ich habe gesagt, dass Sie immer sagen, dass Sie sind addicted zu schreiben, Sie haben zu schreiben. So, was ist die current Result von dieser Addiction? Could Sie reveal das? Ist es etwas mehr als das Projekt Blue Skies you mentioned? Well, we talked earlier about what everyone is going through, being locked down for all this period of time. For me, I work anyway, so it hasn't been so bad, but the boredom factor made me write even more. so I delivered Talk to Me, Frisch-McMere, in January. I then wrote seven new stories to complete the collection of 13 stories, which will be out next year. It's called I Walk Between the Raindrops. Since then, I did three months of research on environmental issues primarily and 90 pages into the next novel, Blaue Himmel, Easy for Dirk van Gunther to translate that title. And as I said earlier, Athwes Ein Freund der Erde, which in year 2000 projected to 2026 in terms of global warming, I'm now thinking that this book will project from approximately now another 25 years into the future to see what things might be like. And it's talking specifically of global warming and species extinction here. And it's a comedy. Of course, it's a comedy. Now I'm really curious. Er sagt, es wird also wirklich dieses Buch geben, Blue Skies, Blauer Himmel, in zwei Jahren vermutlich auf Deutsch erscheinen. Er hat schon an neuen Kurzgeschichten geschrieben, die erscheinen in einem Jahr. Er hat Recherche gemacht, es geht wieder um Umweltthemen. Also viel los, trotz Lockdown. und für ihn geht das Leben als Schriftsteller so weiter. Das hören wir natürlich gerne und ich kann nur noch mal sagen, tausend Dank für alle, die mitgemacht haben, die uns so viele Fragen aller möglichen Art geschickt haben und vergesst nicht an den Affen zu denken. Sprich mit mir der aktuelle Roman von TC Wall. TC, Ich danke everybody für arranging this. Es hat been tremendous fun. Now, the thing I miss most of all Guter is after we did our shows, we would go out and drink wine together. However, now you can go drink wine, but I have to go to work. That's a pity. It's only noon here. I have to confess it's only bye bye. Okay, bitteschön. Tschüss.